Hallo, mein Name ist Jürgen Köhler, ich bin Keyboarder aus Frankfurt am Main und mit diesen Tutorials starten wir eine Serie über die Frage, was man am Keyboard in einer Band spielen kann. Es sind schon einige Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ja, ich hatte ja schon Klavierunterricht und ich habe mir die Noten von dem Lied, was wir spielen wollen, im Internet besorgt und kann das auch schon spielen, aber was mache ich in der Band? Das ist so komisch, außerdem vier Seiten, sechs Seiten, acht Seiten passen schlecht auf so einen Ständer, sieht auch doof aus bei einer Rockband. Also ich habe auch mal ein Lied rausgesucht von Billie Eilish, No Time To Die, habe ich im Internet gefunden, da ist ein Klavierintro, aber wenn sie anfängt zu singen, sollten wir die Melodie nicht mitspielen, weil da ist ja wahrscheinlich eine Sängerin, die das singt. Die möchten nicht, dass wir das noch doppeln, brauchen wir nicht und der Bassist will mit Sicherheit nicht, dass wir die tiefen Noten am Klavier auch noch spielen. Also bleibt gar nicht viel übrig von dem, was wir auf diesem Sheet hier haben und gelernt haben für Klavier, wenn die alleine spielen. Also werden wir darüber reden, wie man in einer Band gleiten kann am Klavier und am Keyboard. Das passiert sehr, sehr viel über Akkorde und wie solche Akkorde gehen, darüber werden wir in den nächsten Tutorials sprechen, was man mit denen machen kann. Also werfen wir die Sheets fort und gehen mal rein und gucken. Okay, jetzt sind wir hier in meinem Studio und ich werde euch zeigen, was wir bei Billie Eilish im Intro und dann in der Strophe spielen. Das Intro ist ja ausnotiert, ist ein Klavierriff und in der Strophe spielen wir dann Akkorde, wenn die Sängerin oder Billie singt. Und wenn dann die Sängerin anfängt, spielen wir nur eine Begleitung, also Akkorde. Das klingt dann ungefähr so. Ihr habt gesehen, ich habe rechts Akkorde gespielt und in der linken Hand Bassnoten, nicht zu tief, weil der Bassist ja wahrscheinlich an dieser Stelle auch noch was spielt. Mit einem sehr tiefen Ton, der dann stehen bleibt. Und wie diese Akkorde gehen, wie man die zusammensetzt, wie man die selbst bildet, was man mit Akkorden alles in der Band machen kann, darüber werden wir in den nächsten Tutorials sprechen. Bis dahin, bye bye.